Naiv, naiv, naiv. Blitzaktion, ja, man trifft genau, ich kenne 40%, scheißdroch rauf. So, jetzt gucken wir erstmal die Aktien nach. Noch kein Profit. Gewinn. Profit, wollte ich sagen. Hey, what up, Michael? Hey, man. Listen, I got an interesting opportunity for ya. An acquaintance of Dave's. An FIB contact? Are you joking? relax guys private sector very well good to be lucrative what you meet it and see what you think yeah 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 i think about all right me and trevor will be there too i promise it's a step up for you real opportunity hui ja dann was haben wir denn jetzt erstmal offen Solomon Devin ich will erstmal mit Franklin eine ganz andere Kacke machen die da noch offen ist die ganzen Fragezeichen die da offen sind ist der schon bei seinem Haus? nee ist er nicht der gammelt hier noch rum dann machen wir mal ah fangen wir mal zu der Garage da sind bestimmt neue Fahrzeuge drin oder? dann schaltet man die erst frei wenn ne ne jetzt sind nicht alles durch so ähm Garage bestätige ihre Verabringung mit Devin Weston auf seiner neuen Baustelle auf der Power Zone in Alter bitte seien sie glücklich und bereit zu fährt sofort mit der Arbeit anzufangen molly ok nö erst werden die ganzen anderen Sachen gemacht frisch eingetroffen bla 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 ich will wissen ob ich neue Fahrzeuge nehmen kann immer noch nicht immer noch nicht man ist doch nervig dann fahren wir jetzt mal zu Beverly ziun 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 Ztype 23 ziun ziun You know, before you go and collect the supplies... Before I what? No, get the supplies, can't have a smoke in without smoke. You know, cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet protesting. Man, I don't know, it sounds kind of bullshit to me. We're gonna crush them with our resolve. Here, have a little taste of that. Ja, und noch einen größeren Zug. Okay. Alles klar. Barry. Haben wir noch Beverly offen? Ich kann sagen, Beverly haben wir auch noch offen. Dann fangen wir noch zu Beverly. Barry und Beverly. Beide fangen mit B an, genau wie das Büro. Zufall? Ich denke nicht. So, hier rechts und links. Ach Gott, ist das schön. Jetzt wieder rechts. Zui. No. Zack. Hier wieder links. Den erstmal fast umfahren, wenn er seinen Kaffee verschüttet. Wie holt sich nachts nen Kaffee, Alter? Ja. 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 Jetzt haben wir zuerst noch den Deckel zu machen... Ach, macht er schon selbst. Das macht echt keinen Sinn. Als Orte, an denen du Fahrzeuge mit einem geheimen Versteck findest, sind auf der Karte markiert. Wat? Oh, du Scheiße. Ja, machen wir mal den ersten. Dann gucken wir mal, wie weit ich mit ihm aufnehmen würde von der Zeit her. Oh, du Scheiße. Das war ich nicht. Wo war das Reh? Ja, moin. Ja. 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 Einfach nur, weil es gerade auf unserem Weg lag. Das Ding? Ach du Scheiße. Ich muss mich jetzt verarschen, Alter. Ja, what the fuck? Erstmal abschleppen. Wuhu! Wuhu! Ja, moin! Wuhu! So, dann sind wir auch schon hier. Ja. So. Wuhu. Ja. 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 Bronze. Egal. Nutten. Umfahren. So. Das ist das Ende der Aufnahmesession, wo ich erstmal mal Nutten umgefahren hab. Aber warum nicht? Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! Ja. Ja.